Hier steht, dass Zeitreisen möglich sind. Ich glaube nicht, dass die Zukunft was für mich wäre. Ich fühle mich wohl im Hier und Jetzt. In die Vergangenheit zu reisen, wäre doch dann auch möglich. Ada ist ein Geschenk. Hey, los, verschwinde! Du siehst so süß aus. Wir haben Besuch. An Fremde ist sie nicht gewöhnt. Was zum Teufel habt ihr da, bitte? Ada! Geh weg! Ada! Ada! Ada ist ein Geschenk. Ada! Sie ist ein neuer Anfang.